so jetzt aber schnelle freispiele und vor allem mal gute freispiele dreimal jetzt freispiele unter 20x nacheinanders savannah moon mag ich mal gucke ich gleich da ist der stinger aber direkt dreimal das hatte ich noch nie jetzt nur noch weise 2 fehlt der gauner drei spins kommen können geh rein komm der musste jetzt können aber wie oft ist noch durchrutscht du hatte letzte chance man jetzt kommt der wald zu 2 als erstes antäuscher antäuscher noch mal zwei stück komm jetzt nur noch weise 1 wir sind drin das war ich heute wieder nicht alles verzocken will wir müssen zwar wagen aber wir brauchen jetzt auch mal auf dem euro kann doch gut knallen wir müssen nicht so viel welcher wie beim letzten mal so ich kann wieder die vorhersage machen wenn wir jetzt einen guten hit bekommen stelle ich noch mal höher so jetzt müssen die freispiele mal kleine vorhersage ist am laufen wir wollen dann noch 20 uhr erreichen wir wollen auch noch den nächsten stream erreichen mit dem geld hier der sahen guten abend namen wann ist der nächste stream gute frage püppes was nun vorschlag man passt bei dir am besten der sahen guckt der liest der liest nicht mal die privaten nachrichten so ist er abgehoben seit dem gewinnspiel dienstag an dieser bin schon meine eltern eigentlich also entweder morgen oder mittwoche besser so 321 wir gehen rein wir genießen jetzt erstmal die freispiele warte warte oh man ey ey bitte wir brauchen den gauner da ist er einmal ein fuß bin dazu jetzt nochmal für mal 10 wir hatten schon mal einen sehr guten hit auf mal 10 jawohl mal 10 ist erreicht jetzt ein gutes bild mit mal 10 ja er ist gut glaube ich auf jeden fall besser als die letzten drei drei spiele zusammen die kann sein natürlich sogar siehst du doch wo denn was denn und beste slot 1000 euro die kann sein wo kann die nicht zahlen einfach mal so ich habe doch niemals an die an den stott vorschlägen gezweifelt einmal von meinen zuschauern aber in der kalt um einfach mal so hätte ich es auch nicht gedacht dass es 1000 euro waren sind einfach mal 10 100 euro bild wer hat sich die sort ausgesucht wer hat sich die sort ausgesucht komm wir waren das jetzt sind nix sind nix also auf die 1000 x schreibt ihr nach dem stream eine privatnachricht schaust dir was zukommen für die 1000 x kriegst ne kleine pacef karte kommt also wird 1000 x so wie meinen zweiten teil eingehen ich glaube hier gibt es tatsächlich keine freispiele wir gehen mal den zweiten teil den zweiten teil kenne ich gar nicht naja pippe ist da bisher ah hier denn meinst du ja das kann gut sein hier denn der metallschädel jetzt kommen einfach runter schnelle freispiele würden schmecken denn 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 die rate man hört auf zu singen ich will ja auch gern die feucht wiedersehen wenn da mal was gutes kommen würde dann können die meinetwegen singen also nicht wegen 80 cent so den habe ich auch immer gerne zugeguckt ich probiere hier 50 spins püppes das stimmt das stimmt kommen können 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 jawohl wir brauchen wir vier es ist aber was sehen nur dead spins ok erste gewinnt dankeschön mal 82 toten köpfe sehr gut ganz schwer aber wir brauchen die goldenen toten köpfe ich verstehe mal zwei jetzt auch vorbei plus 1 bin sehr gut aber schwer wir brauchen goldene köpfe auf jeden fall ein 20 euro schon mal okay gold im kopf jawohl da ist einer und noch einer jawohl singt jetzt dürft ihr sehen noch ein goldner kopf bitte jawohl 80 euro schmeckt und weiter weiter mal 32 32 oh der ist gut woher sagen kann schon mit ja beenden und noch mal kettet hoch spiele allerdings sind sehr gut glaube ich das schmeckt 320 euro gut lag dankeschön wieder können können jetzt noch einen goldenen kopf bitte jetzt bitte mach keine deadspins er macht nur deadspins sehr gut ist dort sehr gut ist dort wieder mal ausgesucht ja war 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 wir haben gleich mal 64 freigeschaltet komm goldene köpfe goldene köpfe war wir haben noch einer fehlt aber trotzdem wieder sehr guter gewinn jawohl und wir kriegen eins bin dazu glaube ich mal 64 jetzt komm können 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 nein keine verbindung dann können dann können die meinetwegen auch singen wenn es so gut läuft jetzt aber noch 4 spins jetzt 64 gön 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 komm gön 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 ja grüner kopf auf 1 ey es geht hier ab es geht hier ab bestes dort komm komm weiter 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 mal 64 jetzt letzter spin jetzt jetzt bitte am anfang irgendwas gutes einfach noch eine volle reihe gön 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 diese ratte aber wieder ey was geht heute ab pöppis die frau bringt mir immer die besten vorschläge bringt mir immer die besten vorschläge f b b b b b b